Ja, der Paddel, ne, das ist so ein, das Ding, du darfst, egal wie lange du neben ihm stehst, du darfst dem nicht vertrauen. Ja, mittlerweile war das Spiel schon doch so ein bisschen begriffen, also, grundsätzlich. Ich bin's einfach immer, ne. Ja, das ist aber irgendwie, weil der größte Faktor ist, sagen wir so, ne. Ja, ne, das ist meine größte Konkurrenz, der schießen kann. Kann ich schießen. Ja, manchmal nicht, ne, aber ich ohnehin, manchmal. Ja, ne, ich kann nie schießen. Die Hitbox bei dem Spiel ist irgendwie komisch. Ja, ne, das ist allgemein, weil das die 1.06er Hitbox ist, glaube ich. Ne, die Source ist das, ne. Stimmt, das ist die Source. Ja, aber ich hab Source gespielt und 1.06er hab ich auch ganz viel gespielt. Und eigentlich kann ich recht gut schießen, aber... Ja, ich weiß auch nicht, deswegen finde ich, äh, Games Mod, die... Das ist echt, die, 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 das ganze Schießen ist hier irgendwie sehr komisch. Ja, das ist so richtig. Das ist irgendwie... Eigentlich wie Source, aber trotzdem, äh, die anderen Waffen, die sind so... ...komisch. Ah, es geht wieder, meine Freunde ist dabei, Steam. Wie schön. Hey, Johnny, du spielst gerne in den Smod. Hey, Schatz, du spielst gerne in den Smod. Du spielst die Skles, man wirdpuddel. Wahnsinn. Es ist Zufall, dass ihr alle Zeit, wenn du spielst, gerne in den Smod spielst. Ich finde die Blutspritzen sind. Blöde Kack. Komm, wir holen weiter drauf. Warte, jetzt. Der Stab hier. Ja, der Magnierstab. Rechtsklick, Schatz. Rechtsklick auf dem Objekt und dann kannst du das durch die Gegend ziehen. Ich glaube, das schießt jetzt geil. Wie geht es dir so? Ja, ja, ja. Du paddeltweiter. Ja, ich bin immer Traitor, aber die Weiße. Ja, eigentlich schon, ja. Das sind die anderen Weißen, Bro. Ich bin innocent. Ich bin Donkey Kong. Boom. Oh. Hui. Warum schießt ihr? Wer schießt ihr? Also, wenn ich tot bin, ist es gleich der Paddel, ne? Wenn ich tot bin, dann... Aber das Problem ist, dann könnt ihr mich unbedingt so... so viel machen. So. No. Du bist ja ganz schön von dir überzeugt. Das ist merkwürdig, dass ihr auf Bianca... Nee, aber schon mal über du. Ey, Leute. Die beten Wunderbel Anfänger noch. Sie hat nicht reagiert. Warum hat er gesagt, dass irgendwer schießt? Ja, ich habe gesagt, irgendjemand schießt, aber du hast mich nicht getroffen. Doch, da war Blut sogar. Aber ich habe 100 HP. Hä? Das ist merkwürdig. Was ist Bianca jetzt? Die ist unter uns eigentlich lang gelaufen. Die ist unter uns. Du. Da muss sie mal weggehen. Wenn die unter uns ist. Äh, da Lucky schießt, der zielt auf uns. Warte. Der schießt. Der schießt auf alles. Ich schießt? Schießt, sagst du, Johnny, der schießt. Nein, ich habe gefragt, ob er schießt. Da unten ist Bianca. Da unten ist Bianca. Ich sehe sie genau. Warum schießt ihr denn jetzt auf mich? Ich habe gar nicht auf dich geschossen. Wie kommst du auf, dass ich auf dich geschossen habe, Schatz? Weil ich nicht schoss... Lucky, der zielt sie ja genau in meine Richtung. Da sind alle zu genau da oben. Mhm. Also bist du's. Der Traitor will nicht unter uns. Komm. Ja. Ich glaube auch. Nein, der ist nicht hier oben. Betraut sich nicht. Oh! Da schmeißt er eh. Aber er hat nicht getroffen. Ja, Johnny, aber na... Ich glaube, einer ist tot. Hä? Bianca? Nein, ist eigentlich keiner runtergefallen. Ist keiner runtergefallen? Ich bin weggeflogen. Sie ist weggelaufen. Das ist mir da zu riskant. Sie ist unter dem Orangen. Ja, das musst du jetzt auch verraten. Ah, du bist Trey. Warum? Hallo, ich glaube, dass da eine Rainbow sonst reinfliegt. Deswegen will ich da nicht sein. Äh. Okay. Du brauchst echt, dass ich eine Rainbow schmeiße? Ja, natürlich. Ich glaub's dir das. Ja, wir sehen ja, dass wenn er die Waffe hat. Aber ich glaube, dann ist es zu spät. Dann kannst du ja immer noch wegkramen. Ah, hallo, Schatz. Oh, ich hab die Wand drüber. Patti, warum bist du hinter mir? Ja, weil du sagst, sie sind's. Ja, damit ich dich immer im Glick hab. Ja, ich glaube immer noch, ich glaub immer noch, dass Bianca das ist, weil sie eine Granate durchmogisch passen hat, eine richtige Granate. Ich hab's noch nur einen Smoke gehabt. Ja, eine Smoke-Granate auch, okay. Johnny, was meinst du? Also, einer von den beiden, na, bei dir bin ich immer noch nicht sicher, weil du bist immer so... Johnny, wir sind hier schon seit drei Jahren zusammen. Oben drauf. Ja, aber meistens mit mich dann... Weißen, dauert es bei dir, bis ich dann starb. Wieso dauert das bei mir? Wo ist mein Schatz denn? Wo ist's? Weil grün. Weg von dir. Grün ist er. Hat die Waffe weggehauen? Raid hat hier die Waffe weggehauen. Ja, genau. Ich hab's hier. Aua, warum, Schatz? Oh, scheiße, Paddler ist es, Paddler ist es. Ja, warum schießt du denn auf mich? Ich bin's gar nicht. Weil ich bin gar nicht ganz, ganz, ganz sicher, weil das du's machst. Paddler hat Johnny getötet. Nein, hab ich gar nicht. Johnny hat sich selbst getötet. Oh, Leute, ich treff dich damit nicht. Ja. Schatz, bist du dabei, ihn zu töten? Ja, ist sie. Schatz, bist du, oder? Nein, ist sie nicht. Ach Gott, meine Fresse. Ich bin gestern im Ziel, im Fadenkreuz von dir gewesen. Und du hast mich nicht getroffen. Ich hab einmal auf dich geschossen. Ja, ich hab mich nicht getroffen. Ja, das Leben ist hart, ne? Du bist jetzt unter mir. Ach, ne, da bist du. Was gibt's denn gar nicht? Wollte ich mich verscheißern? Drei Schüsse und alle drei daneben. Ja. Oh, der Paddler, ne? Das ist so ein... Deswegen, du darfst, egal wie lange du neben ihm stehst, du darfst dem nicht vertrauen. Ich weiß. Das ist ein Unding bei dem Spiel hier. Das ist ein Unding. Ja. Du haust mich so weit runter, dass er mich einfach mit einem Schlag umbringt. Tut mir leid. Ich konnte dich so oder so mit einem Schlag umbringen. Ich will doch nicht sagen. Dem muss man ein schlechtes Gewissen machen. Bianca, du darfst doch nicht einfach so Leuten ein schlechtes Gewissen machen. Natürlich darf ich das, das ist mein Freund. Auch dem nicht. Das war ein Witz. Hallo. Das hat mir gar nicht lieb. Wo bist du denn? Wer ist das denn? Das ist Johnny. Nee, du bist das schon wieder. Ich hab dich wohl lieb. Johnny, ich bin's schon wieder. Hier siehst du, ich schieße auf dich. Das habe ich dir auch schon einige Male bewiesen. Ich hab auf dich geschossen. Oh, bist du nicht gestorben? Ich hab dich hart getroffen. Ich schieße mal eine Spaß-AE in deine Richtung. Das wäre eben gewesen, der eine Schuss. Ich schmeiß auch was zu dir rüber. Und dann falle ich dann schnau. Aufzuschießen, bitte. Ich bin's nicht. Irgendwer ist bei dir da unten. Bianca ist da unten bei dir. Hallo, das war die Gewonkshue eben. Das Lacki ist drüben beim Blau. Da zieht's auch komisch auf mich. Ich seh ihn nicht. Da waren aber Schüsse. Ich lass das Glas kaputt machen. Da waren Schüsse. Oh. Hallo. Bianca ist hinter dir. Sarah. Äh, die Bianca ist es. Machst du weg. Nicht. Nein, warum schießt die auf mich? Aua. Identify. Glaub's wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Aber. Die Bianca ist es. Äh, oder nicht? Oh. Ja, weil, ich... Hi. Ich glaub, Bianca, du bist es. Was? Weil ich glaub, dass du bist. Ja, der Partner hat dann auf jeden Fall mir irgend so'n 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 Bogen reingehauen. Der Partner hat einfach auf mich geschossen. Ah, da ist es. Ja. Warum hast du auf mich geschossen jetzt? Ja, weil es kann's ja nur du gewesen sein. Also, aus dem Winkel war, glaub ich, nur möglich, dass... Ich habe niemanden erschossen. Ja. Ich weiß. Ja, weil ich dachte, die Waffe war das nämlich von der Bianca. Die... Die... Wollen so'ne Mini- Äh, so'ne... So'ne Blichtwaffe. Äh, warte. Ich habe nichts in diesem Grunde angerichtet. Gar nichts. Das kann jetzt jeder behaupten. Ja. Warte. Äh, ja, Raki. Also, Johnny ist bei mir. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh... Vielleicht ist es... Nee, Paddel, ist hier der Typ. Redet Bianca einfach noch nicht. Ja, ich muss nicht. Oben müssen... Wir müssen dort hingehen und gucken, ob da eine Reiche liegt, Paddel. Einzige Möglichkeit. Ihhh... Ihhh... Hm, der licht keine Reiche. Hier ein Geist bei Grün. Oh. Fuck. Wollte ich nicht reinfallen. Was ist das für euch? Paddel ist schon mal tot. Paddel ist tot. Das heißt, er ist ein Geist. Ja, kann sein. Danke. Das war übrigens ein Young Cat. Äh, Gun. Okay, ja, das kann auch so. Das? Was? Du Schwein. Vor allem, die sagt er einfach nichts, ne? Warum denn auch? Warum soll ich darauf antworten? Ne? Du denkst mal automatisch, dass es doch der Lucky ist. Hallo. Ich hab ja wirklich niemanden getroffen mit dem Waffenboden. Ja, aber ich dachte... Es kann ja sein, dass da jemand war, weißt du, und dann hab ich es nicht gesehen. Hey, was ist das los? Und kann ich verraten, die auszuholen? Hä? Hä? Ich hab ein Fehler. Paddel. Ich hab neben dich geschlafen. Ja. Wow. Alter, der hat auch schon gefaked, weil sie sich ausreden lassen. Ja, klar, John. Ja, 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 Paddel. Bye, Schatz. Klar, John. Immer. Aua. Was denkst du denn? Dann kommt meine Grafikkarte, 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 Grafikkarte. Ich gucke schon oft in der Richtung, ne? Ich sterbe ich. Ja, das hat die Waffe gewechselt. Oh nein. Ich hab die Waffe gewechselt. Ja, sterbe ich gleich. Wenn ich sterbe, dann... Obwohl, dann sterbe ich auch. Komm mir grad nicht hoch, ne? Ja, Johnnie, wenn ich sterbe, ist die los. Schatz. Was? Irgendjemand hat Granaten gezündet. Nein, ich hab grad einen Schuss aufgefeuert. Komm da nicht hoch, verdammte Kacke. So, jetzt aber. Ja, jetzt geht die Tür nicht auf, oder was? Mich verarschen. Äh, was ist runtergefallen? Ich bin jemand runtergefallen, gerade. Ich hab Johnny ist runtergefallen. Oh, der Paddel hat ihn erschossen. Nein, nein, nein. Der ist runtergefallen. Ich hab ihn fallen sehen, aber dann ist Johnny auf jeden Fall es nicht, dann ist es Paddel. Ja, natürlich. Ja, bist du es. Ich meine, du müsstest jetzt verschwunden. Tod? Nein. Dieser Paddel, ne? Dieser... Der Typ schießt mich an, ich fall runter. Und denkt, die Welt hat mich ausgeschanzt, dir dann so da. Ja, ich hab dich auch mit einem Babygang abgeschossen. Das Witzige ist, dass tatsächlich... Paddel ist wahr. Ja, ist ja das Lustige dabei. Ah, nee. Ich weiß, ich mach das voll gut, ne? Ja, leider. Hast du den Server gehackt? Aber das ist Johnny's Server. Du hast den Server gehackt. Aber ich hab den nicht gehackt. Ich weiß nicht, wer ihm geht. Ich krieg ihn nur... Ich bin immer kein Twitter. Ich will immer noch wissen, wie man da oben reinkommt. Wo denn da oben rein? Wo man da reinkommen könnte. So. Lucky. Ja, Schatz. Du und ich alleine. Ernsthaft, so schnell? Paddel war nach zwei Sekunden fort. Und Johnny geht immer so. Gut, dass du nicht weißt, wo ich bin. Naja. Gut, dass ich dich sehe. Gut, dass ich dich auch sehe. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Hi, Schatz. Er hat sich getroffen, du bin ich nicht. Ja, du. Ich glaub's doch nicht, dass ich jetzt hier weggehe. Ich weiß aber, dass du noch nicht rauskommst. Kein Ausgang. Kriegt man den einen Ausgang. Wenn du mich haben willst, dann musst du mich holen. Du hast ja ein Radar, ne? Hast du gerade eine Sachen geworfen? In der Zeit, die wegläuft. Hä? Wo muss ich denn jetzt da hin? Hä? Warum guckst du wieder raus, Bianca? Der hat dich ja endlich fast gar nicht gefunden. Ah, fuck, hinten gibt's noch einen Weg. Ja, jetzt gefunden hätte ich sie. Ich dachte so, hä, wo macht der denn? Läuft der mich da lang? Ich hab den Moment, den er geduckt hat, genutzt und rausgelaufen. Geduckt? Der war doch geguckt. Genutzt. Ja. Wenn er nicht geguckt hat. Johnny. Hat geguckt in der Zeit. Der war streng direkt davor. Ja. Das ist schon zu Ende war gut, ne? In dem kurzen Moment, ich war vorher in einem anderen Raum drin, bei Blau. Ich weiß, wo du warst. Johnny hat uns gerade noch so erkannt, dass ich auf ihn geschossen habe. Ne, er hat einen gezielt, glaube ich, noch einmal habe ich geschossen, glaube ich, daneben. Wüsste ich nicht. Aber ich glaube, einmal habe ich geschossen. Ja, ich habe mich selbst ge- also, ich bin- mich hat jemand angeschossen. Hätt ich jetzt gerade? Ne, ich bin- ich habe mich selbst verletzt. Ja, ich bin runtergefallen, ne? Fucking gedöhnt, Dinger. Manchmal gehen die Türen aber auch nicht auf, ne? Muss halt auch E drücken. Na du, na du, na du, na du. Na, was, na du? Na du? Na du. Na du. Okay, alle leben noch. Ein Regal. Ein Regal. Geh doch mal beiseite! Steck hier fest. Ja, dann steck, bleib stecken fest. Ja, nee. Bleib stecken fest. Ja, genau. Du, na 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 du. Du, na 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 du. Bleib stecken. Ja, das hier. Hi, 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 hi. Hi, hi. Ich habe eine Schrot. Und eine Diege. Also, wenn er noch Schrot hat, dann ist es- Kann es vielleicht nicht sein, ne? Hat meistens da irgendeine AWP oder irgendeine Scout von beiden, ne? Ja, deswegen. Seine Mascher ist das immer. Ich bin nicht, weil die Scout hier oben noch liegt. Ich nicht mehr hier. Alter. Ohne Witz. Ja. Ohne Witz. Liegt nicht mehr hier, siehste. Ist nicht mehr da. Oh. Laki hat gerade was gekämpft, glaube ich. Guck mal, ich werfe da drüben auch an der Karte. Nein, der Karten Granate gebrochen. Ja, an der Spro. Hat doch noch fliege Schüsse. Haua. Ernst. Oh lol, wie ein Kaisers. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ja, vor allem nicht. Aber Bianca denkt man halt nicht, dass er was kann, ne? Ne, denkt man echt nicht. Oh mein, ich bin schon wieder runtergefallen. Aber ist ja noch preparing for us. Also, ich hab schon gewisse. Oh. Ich kann rechnen. Und ich kann kochen. Halbwegs. Ich kann auch halbwegs kochen. Ich kann kochen. Du kannst Kuchen backen und du hast uns noch nie welche mitgebracht. Der war hier so weit weg wohnt. Du hättest letztes Jahr zu Games kommen welche mitbringen können. Letztes Jahr? Äh, vorletztes Jahr. Nee, du warst ja viel zu warm. Der wär einfach zu verlaufen. Hey, wer schießt hier? Warum schießt er noch? Hab keine Ahnung. Wie haben wir geschossen? Was? Paddler ist es? Paddler ist es? Ich bin sicher. Ich glaube, ich auf dich geschossen haben, wenn ich woanders war. Du warst mal genau neben mir hier. Ich war noch nie. Ich war noch nie neben dir. Aua, wer schießt mich an? Ich hab mir beinahe runtergefallen. Schatz, warum, Schatz? Hab ich getroffen? Macht denn ihr? Ja, ich hab nur noch 98 Leben. Das war ich aber nicht. Ich bin gerade so oben gekommen. Wo ist denn Johnny? Nein, ich bin's auf jeden Fall nicht. Woanders zum Sniper. Hilfe, Hilfe, hallo, was? Hallo, ich hänge hier noch halb. Guck mal bitte hier an den Rand. Kannst du nur noch Paddel sein, ne? Paddel ist schon mal verletzt. Schatz. Also Lucky, Lucky? Ja, GG, ne? Würde ich sagen. Ich würd mal sagen, ich leb noch, ne? Ja, leb's noch. Einmal stehenbleib, einmal stehenbleib, Schatz. Einmal stehenbleib. Ich würd mal sagen, ich gewinn die Runde, wenn du jetzt nicht der Killer bist, ne? Wenn ich jetzt nie... Oh, tschüss, Schatz. Oh, Paddel ist der Killer. Echt? Paddel ist es? Der hat... Oh, Bianca, ey, was. Da unten liegst du echt schön, Schatz. Oder Johnny ist es. Wie soll... Paddel ist es? Ja, ich hab eh auf ihn geschossen, aber die Wahrheit leider fehl. In dem Moment hat er mich gesehen, der hat mich die ganze Zeit nicht gesehen. Und ich fliege so ganz rau an die Leitung gemacht. Am Brot hat einer mich in die Leitung gemacht. So ein Böden, praktisch. Der Hammer. Bist du doch gefailt? Ich denk mir so, ja, entweder das ist Paddel oder Johnny, dann bin ich im Arsch. Entweder Paddel oder Johnny. Wenn es Johnny gewesen wäre, dann hätte ich einfach mal gewonnen. Nein. Nee. Doch, der hat mich da nie gefunden. Es gibt Radar. Es gibt ein Radar. Ja, aber selbst damit... Doch. Der schmeißt jetzt schon wieder diese Feuer-Scheiß-Kack... Aua! Ich weiß nicht. Ähm. Geil. Schatz. Aua! Ja. Hä? Mach den ihr... Komische Dinge. Die gehen halt nicht weg, ne? Au! Dann rennen wir doch nicht... Schau nicht rein. Ach so, irgendjemand schießt. Ja, ich hab das fast, weil ich wütend bin und du nicht in der Nähe bist. Hehehehe. Hehehe. Hallo, Paddel? Au! Jetzt hat mir auch noch die Füße gebrochen. Okay, der Killer möge mich bitte zuerst, indem ich leide. Okay, wo bist du? Hans ist tot. Zuerst hab ich gesagt, nicht zuletzt. Ja. Du halt nicht auftauchst. Nimm mir weg mit dem Kackhue. Aber warum? Was machst du? Was machst du? Schöne Musik. Was nicht mal ansatzweise... Oh. 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 Oh, ich hab's gemerkt. Äh... Ach, die ist auch gut. Ja, das geht schon, ne? Hallo Leute, ich muss doch meiner Freundin treu bleiben. Nein, muss man nicht. Nein. Man muss immer gegen seine Freundin sein. Ich hab's gemerkt. Ganze ist geschehen. Ich hab's gemerkt.